It's raining men, hallelujah, it's raining men, it's raining men, hallelujah, it's raining men, hallelujah, it's raining men, it's raining men. Gehen andere Länder Europas konsequenter gegen Geldwäsche vor als Deutschland? Max, Bruder, ich hab 50 Euro plus gemacht. Wenn du Geld in der Tasche hast, verkehrst nicht deine Freundschaft. Wenn du Geld in der Tasche hast, verkehrst nicht deine Freundschaft. Scheiße, hier gibt es eigentlich einen Knoblauch. So ein Kilomett geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg. Geister, was hast du in der Hand schenkt? Er hackt sich ins Server, knackt jedes IT-Sicherheitssystem. Keine Firewall ist vor ihm sicher. Ich hab's gerade auch schon gesehen, wir sind gehackt worden, was wirklich, wirklich geisteskrank ist. Ich hab gleich Feierabend. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so... Volvic, einzigartiges, natürliches Mineralwasser. Hahahaha! Cold, cold hearted, hearted, hardened by you. Something's looking better, baby. Just passing through and through and through. Okay, haiku, hmm, 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 hmm... Willi, boIMığ�, am vielmehrer über dich im Durchschnitt. iye-HAHA, Tya-O-oh. Um-oh, wo-oh, wo-oh! Das war's.